Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video und es ist auch eine neuere Idee, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja schon öfters mal Themenreihen quasi gegeneinander antreten lassen und verglichen. Zum Beispiel Western und Lone Ranger oder Indiana Jones Adventurers. Und es gibt einige Themenreihen, sowas wie Star Wars, wie Jurassic World, aber auch Harry Potter. Da kann man theoretisch einzelne Sets so vergleichen, gucken, was haben wir damals für ein Set bekommen, was haben wir für einen Nachfolger bekommen. Welches der Sets ist vielleicht besser, filmakkurater etc. Was ist der bessere Deal? Ich will das einfach mal testen, mal ausprobieren, ob euch das auch gefällt. Und es ist natürlich schwierig, die Sets direkt zu vergleichen, weil es natürlich andere Zeiten sind, weil die Preise teilweise natürlich anders sind, weil die Sets größer oder kleiner sind. Und es geht mir ja um die Idee und was man alles Schönes in dem Set bekommt und wie vielleicht filmakkurat das umgesetzt ist, wie das in der Klemmbausteinwelt umgesetzt ist. Deswegen, also ich habe jetzt nicht jedes einzelne Set genommen, jeden Steine-Teile-Preis, jede Minifigur miteinander verglichen. Das kann ich gerne machen fürs nächste Video, wenn ihr das möchtet, also so detailreich wie möglich und dann irgendwie ein Fazit ziehen. Aber das ist jetzt erstmal nur so, wir gucken uns beide Sets an, also wir vergleichen hier fünf Sets. Wir gucken uns das eine an, gucken uns das andere an und dann könnt ihr auch entscheiden, welches ist das bessere Set. Ich entscheide für mich natürlich, ihr werdet meine Meinung dann gleich hören, was ich theoretisch besser finde. Wenn man das so sagen kann, so Vergleiche sind ja immer ein bisschen schwer. Ist ja auch viel eigene Meinung etc. Ich glaube dazu ist dann alles gesagt. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet, wie detailreich ihr sowas haben möchtet. Je nachdem muss ich mich natürlich dann darauf einstellen. Je detaillierter und je mehr ich alles vergleichen muss, desto länger wird natürlich da zum Beispiel auch ein Video. Aber gut, ich würde sagen, wir legen los. Und wir beginnen natürlich da, wo alles anfängt. Und zwar im Ligusta-Weg oder im Privet-Drive. Da haben wir ja damals 2002 quasi ein kleines Set bekommen. Das hat so um die 300 Teile gehabt. Hat natürlich auch den Wagen mit dabei gehabt. Und also den Ford Anglia heißt er, glaube ich. Ich verwechsel das manchmal immer. Drei Minifiguren war ein sehr besonderes Set, weil wir das bis vor kurzem quasi, vor kurzem in Anführungszeichen, nicht mehr bekommen hatten. Und dann natürlich die Neuauflage gekriegt haben. Die ich persönlich auch wesentlich besser finde. Es ist natürlich ein deutlich teureres Set. Das muss man auch sagen. Es ist aber von der Standenzahl her besser. Wir haben mehr Minifiguren dabei. Und es ist näher an der Filmvorlage dran. Das aktuelle Set bekommt man natürlich auch mit Rabatten für 50 Euro oder sowas irgendwie so in dem Dreh. Manchmal auch ein bisschen günstiger. Und dann finde ich, ist das auf jeden Fall ein guter Deal. Es ist natürlich hinten offen. Das ist beim anderen Set aber auch so gewesen. Deswegen aber hier würde ich zum Beispiel sagen, dass die neuere Version deutlich besser ist als die altere. Wobei ich natürlich diesen alten, klassischen Stil, auch bei Lizenzen, auch bei Harry Potter, ich mag das einfach. Also das sieht cool aus. Das Boxart mag ich total gerne. Aber rein von der Sache her finde ich, dass das schon ein großes Update zum alten Set gewesen ist damals. In Harry Potter und der Feuerkelch gibt es natürlich die erste Aufgabe mit den Drachen, wo jeder einen Drachen quasi besiegen muss in Anführungszeichen. Und ein goldenes Ei stehlen muss. Und da fand ich das Set von damals wesentlich cooler, muss ich sagen. Wir haben natürlich einen Formteil oder einen Formtier bekommen, so einen Drachen. Wir haben diesen kleinen Magneten gehabt, mit dem man dieses goldene Ei, also es war kein Ei, es war eher so beilmäßig, quasi auflesen konnte mit dem Besen und damit wegfliegen konnte. Sehr cool, so eine kleine Tribüne mit dabei. Wir haben natürlich Albus Dumbledore und Alistair Moody mit dabei gehabt. Und natürlich logischerweise auch Harry Potter. Und dann haben wir, 2018 war es meine ich, das andere Hornschwanz, also der Drache heißt ungarischer Hornschwanz, das Set bekommen. Und das Set hat den großen Vorteil, wir haben hier alle vier Teilnehmer mit dabei. Das Ei ist ein richtiges Ei. Aber ansonsten, dieser Drache sieht sowas von überhaupt nicht aus wie ein Drache. Das sieht aus, also die haben ja dieses Schlangenkopfteil auch von Newt Scamanders Koffer genommen, von diesem Schlangenmonster oder was da drin war. Und das passt überhaupt nicht dazu. Also der Drache von damals ist wesentlich, wesentlich besser gewesen. Meiner Meinung nach ist es damit auch das bessere Set, weil das ist ja der Hauptgrund, warum man dieses Set kauft, wegen dem Drachen. Natürlich hat man die Athleten. Optimal wäre es gewesen, wenn man beides zusammenpackt. Also den Drachen von damals mit den Minifiguren von dem aktuelleren Set. Das wäre optimal gewesen. Aber für mich ist auch dieses Set eins der schwächsten Harry Potter Sets. Die wäre erstmal in der neuen Welle, ist es glaube ich sogar das schwächste Harry Potter Set. Zusammen vielleicht mit Gründer, weil es Kutsche. Das ist jetzt auch nicht so unbedingt der Hammer. Aber ich finde das Set schon, auch mit diesem kleinen Zelt und so, das spricht mich einfach nicht so an. Also wenn wir zum Vergleich nochmal das ältere Set angucken mit dem Drachen. Das hat schon einfach, es sieht einfach schon besser aus, muss man sagen. Vielleicht sehe ich das auch nur so, das könnt ihr mir gerne mal sagen. Ob ihr da den alten Drachen besser findet oder vielleicht sogar den neuen. Also für mich ist das eindeutig bei den beiden Sets. Einer der kurzen Orte bei Harry Potter ist natürlich die Winkelgasse. Man hat verschiedene Läden, man hat so dieses Feeling von einer mittelalterlichen Stadt. Finde ich großartig. Und es gab natürlich 2010 damals die Winkelgasse. Das ist, im Prinzip sind es drei Gebäude nur gewesen. Gringotts natürlich, sollte in einer Winkelgasse auf jeden Fall niemals fehlen. Dann haben wir Ollivanders Zauberstabladen gehabt und Borgen und Burks. Natürlich auch wichtig, mir gefallen die Farben sehr gut bei den älteren Sachen. Und diese Winkelgasse ist einfach großartig gewesen, finde ich persönlich. Ist sehr, sehr teuer geworden mittlerweile. Wenn man die irgendwie noch, auch wenn sie nicht original verpackt ist, auch gebraucht, ist die deutlich im Wert gestiegen. Da kriegt man fast schon die neue für. Und diese Winkelgasse hat natürlich eigentlich jetzt schon gewonnen. Wir brauchen uns die anderen nicht mal angucken, weil ich kann jetzt schon mal spoilern, für die, die es nicht wissen. Die neue Winkelgasse, die wir bekommen haben, hat keine Gringottsbank da drin. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die wollten Gringotts vielleicht nochmal einzeln rausbringen, etc. Du kannst aber die Winkelgasse nicht ohne Gringotts eigentlich rausbringen. Also das ist für mich der Faktor, der an der neuen Winkelgasse eigentlich der ist, der am schlimmsten ist. Also davon abgesehen, dass die natürlich mehr als doppelt so viele Teile hat wie die alte Winkelgasse. Im Innenraum müssen wir gar nicht reden über die Details und so. Da ist die neue Winkelgasse natürlich klar besser. Wir haben vier große Gebäude, alles super. Aber für mich persönlich, erstmal mag ich das Design von der alten, also von den drei kleineren Gebäuden, ein bisschen lieber. Die Farben gefallen mir mehr. Und die neuere ist halt so ein Mix aus allen Winkelgassen, die wir in den verschiedenen Filmen gehabt haben. Also der Laden zum Beispiel von Fred und George, der kommt ja erst in den späteren Teilen vor. Aber irgendwie, ich kann mit der alten, mit der Optik ein bisschen mehr anfangen. Das passt auch ein bisschen mehr in so ein kleines mittelalterliches Szenario. Man kann die super zum Beispiel zum mittelalterlichen Marktplatz stellen. Das passt da eins zu eins super cool rein. Nichtsdestotrotz ist die neue Winkelgasse natürlich auch großartig. Also dass aber nach wie vor kein Gringotts irgendwie mal rausgekommen ist, das, also das verstehe ich nicht, das wäre ein Selbstläufer. Die würde jeder kaufen. Die könnten da auch, keine Ahnung, 300 Euro da draus machen. Und eine riesengroße Winkelgasse, eine riesengroße Gringotts mit Mechanismus, mit diesem ganzen Schienensystem so ein bisschen angedeutet. Das würde jeder kaufen. Es fehlt einfach. Also das ist etwas, was natürlich schade ist. Die werden da bestimmt noch irgendwelche Pläne mit haben und das noch nicht sagen. Aber Stand jetzt ist damit natürlich die ältere Winkelgasse, muss für mich persönlich der Sieger sein. Also ohne eine Gringottsbank ist eine Winkelgasse einfach nicht vollständig. Wenn wir Vergleiche ziehen, müssen wir natürlich auch Quidditch irgendwie behandeln. Wir haben natürlich kein richtiges Quidditch-Feld, so wie wir es aus dem Film kennen, bekommen. Vielleicht kommt da UCS-mäßig ja irgendwann nochmal was. Weiß ich nicht, wie interessant das ist. Aber wir haben auf jeden Fall zwei coole Spielsets bekommen. Eins für 19 Euro damals. Das ist auch ganz nett. Wir haben fünf Minifiguren, wir haben die Ringe, wir haben alles, was man theoretisch zum Quidditch-Spielen braucht. Aber auch da finde ich das Set, was wir dann 2018 mitbekommen haben, wesentlich cooler, muss ich sagen. Weil wir hier halt diese ganzen vier Türme in den Häuserfarben haben. Also Slytherin, Rivendor, Hufflepuff und Ravenclaw. Man hat natürlich auch die Ringe ein bisschen höher gesetzt, was ja auch logisch ist. Man hat so diese Spielfunktion, dass der Torwart da hin und her quasi fliegen kann. Und die Bälle, die ja durch die Ringe geworfen werden müssen, dass der das verhindern kann. Wir haben einfach so diese, mehr so dieses Flair und Spielfeld quasi, als wir es in dem anderen Set bekommen haben. Da haben wir nur so einen kleinen Turm gehabt. Finde ich cool damals für 40 Euro. Ist im Preis auch relativ, naja, nicht megamäßig gestiegen, aber schon deutlich über die UVP gegangen. Ist ja bei den meisten Sets so, gerade bei Lizenzen. Das Set habe ich euch damals, als ich noch ein junger, junger YouTuber war, auch schon mal gezeigt. Also ich finde es nach wie vor cool. Steht bei mir immer noch im Schrank. Ist ein schönes Set, muss ich sagen. Und ist für mich auch auf jeden Fall ein Fortschritt zum älteren Set gewesen. Auch wenn das ältere Set auch coole Figuren mit dabei hatte und so ein bisschen auch dieses Quidditch-Feeling aufleben ließ. Aber in dem Punkt, gerade wenn man sich das Set von 2018 mehrmals gekauft hat, konnte man sich eine ganze Arena bauen. Die Türme auch ein bisschen höher bauen. Also das war schon auf jeden Fall eine coole Sache, weil man halt diese Türme alle gehabt hat. Also das ist für mich da der große entscheidende Faktor. Beim letzten Set-Vergleich für heute geht es um die beiden Friedhöfe, die wir bekommen haben bei Harry Potter. Und da muss ich sagen, da kann ich mich nicht so wirklich entscheiden, welches besser ist. Das Set habe ich euch auch vorgestellt. Ich finde das ziemlich, ziemlich gut. Das hat damals 20 Euro gekostet, als es noch am Markt war. Wir haben fünf Figuren bekommen. Vielleicht sogar, ja, fünfeinhalb oder sechs. Je nachdem, wie man zählen möchte. Es ist großartig zum Ausschlachten gewesen. Wir haben coole Minifiguren bekommen. Wir haben eine kleine, coole, nette Funktion bekommen. Großartig. Also das ist, diese 20 Euro Sets bei Harry Potter sind meistens sowieso, wie gesagt, Grinde, weil es verbrechen. Ich glaube, das hat sogar 30 Euro gekostet. Da reden wir jetzt nicht drüber. Aber normalerweise sind diese kleineren Sets wirklich, wirklich großartig. Ich finde das Set großartig. Ich fand es damals cool. Ich finde es immer noch cool. Das ist deutlich im Preis hochgegangen. Also da UVP 19,99 Euro, da zahlt man jetzt locker 35 bis 40 Euro für. Also Preis locker mal verdoppelt. Und wir haben aber ein anderes Friedhof-Set bekommen, was ich auch sehr großartig finde. Denn das ist nicht nur diese kleine Szenerie quasi an dem Grab von Tom Riddle, sondern wir haben dieses ganze Friedhofs-Szenario quasi. In dem Set ist natürlich kein Cedric Diggory, genauso wie in dem anderen Set. Das ist natürlich logisch, weil damit würde man ja suggerieren, man legt die Figur einfach hin, die ist tot und fertig. Aber ich finde das großartig, dass sie da sich so ein bisschen dran getraut haben, so wirklich so einen Friedhof darzustellen, den man ja theoretisch auch einfach in eine normale City oder sowas packen kann. Ich finde das cool, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann nicht sagen, welches davon ich besser finde. Definitiv familienfreundlicher, in Anführungszeichen, wenn man das sagen kann, bei einem Friedhof ist das neuere Set. Weil das ist natürlich schon ein bisschen weiter in diese Friedhofsebene rein, dass man tatsächlich einen Friedhof darstellt mit Gräbern etc. Aber ich finde halt, das war ein großartiges Set, das ist natürlich deutlich größer gewesen, viel mehr Stahlene gehabt damals. Deswegen ist so ein Vergleich, hinkt natürlich immer ein bisschen hin und her, das zählt aber für fast jedes Set in dieser Liste. Fast jedes von den neueren Sets ist deutlich größer gewesen als die älteren. Mehr Minifiguren, mehr Teile, höherer Preis, deswegen. Aber hier muss ich tatsächlich sagen, hier finde ich beide großartig, also da kann ich nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Wenn man das alte von damals hat, super cool, wenn man das neue sich damals gekauft hat, auch sehr, sehr gut. Also für mich gibt es hier keinen Sieger bei den beiden Sets. Und das war es so ein bisschen. Ich persönlich muss sagen, Harry Potter ist generell eine großartige Serie. Harry Potter macht sehr, sehr viel richtig. Ich mag halt diesen Aspekt auch, weil ich ja auch so ein Mittelalter-Fan bin und so. Dass man viele von den Teilen gut verwenden kann, um eine Mittelalter-Stadt etc. zu bauen. Aber auch dieser Zauberer-Faktor finde ich halt cool. Also ich mag einfach diese Harry Potter-Welt. Und ich finde, auch wenn viele von den älteren Sets in diesem Video für mich besser waren als die neueren, auch die neueren Sets sind natürlich cool gewesen. Abgesehen von diesem Hornschwanz-Set, da finde ich das neuere wirklich nicht so großartig. Aber ja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich bin auch gespannt, wie ihr so diese Video-Art findet. Also dass ich quasi die Sets euch zeige und meine Meinung halt dazu sage. Ist euch das lieber, wenn ich das quasi einzeln aufdrösel, also zu jedem Set, den Vergleich mache, wann das genau erschienen ist, mit Preis, mit Teilen, mit Minifiguren, was vielleicht die Figuren etc. kosten. Ich finde das so tatsächlich immer ein bisschen spaßiger, weil ich da so ungeskriptet meine Meinung quasi so vorlegen kann. Und wir das so ein bisschen zusammen entdecken. Aber ihr könnt mir auch gerne sagen, wenn ihr das detailreicher haben möchtet, wenn ihr generell solche Vergleiche auch nicht so cool findet oder so, oder wenn das nichts für euch ist, gerne alles in die Kommentare. Ich finde das immer spannend, gerade thematisch und was man tatsächlich bekommt, wie nah es an der Film- oder Buchvorlage ist. Mir gefällt das tatsächlich immer. Wir haben noch einige Sets, die man machen könnte. Die heulende Hütte zum Beispiel. Aber da ist das Neue Sets noch nicht rausgekommen. Da habe ich noch keine wirkliche, ich kann mir kein Review angucken oder sowas, um zu gucken, wie gut die wirklich ist. Deswegen, also, ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich hoffe, ihr habt da einen sehr schönen Tag. Macht's gut und bis bald.